UNTERTITELUNG Bus זה Man . . . 1 Jala Jala Alice. So, ich darf euch jetzt einfach begrüßen, zum Punkt für die Er Saberst oczywiście Hamelnkens namens Ich gebe Hillingfeld, SG-Zahl, 1.000 Mann haben in der Schubmann, SZB 1.000 Roten-Werder auf dem Nachfahrteil soll es winnen. Die haben die falsch, schwarze oder weiß? Nein, weiß nicht. Weiß für ein Schütter. Schwarz gewinnt. Nein. Schade! Schade! Stark! Oh, jawohl, Junge! Musst du, Musst du! Höhere Blick zu uns kompliziert! Langsam! Jetzt mal Doppeln! Ja, 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 ja! Timm es, Timm es! Komm! Timm, Timm! Mann! Nein, der ist ein anderer. Höhere! Halt! 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 Ja, ja, ja! Ballkontrolle, Ballkontrolle, Ballkontrolle! So! Okay, okay! Halt! Guck mal, dass die Schäfer kommt! Pedro, komm höher! Komm höher! Komm höher! Komm höher! Gut! Gut! Sehr schön! Und wieder Ordnung! Schieben! Geduld! Halt! Irgendwann müssen wir mal so einen Ball haben, Leute! Ohne Paul! Genau! Jetzt hin! Warte doch nicht immer, bis er aus dem Stand die Bälle spielen kann! Ehrlich jetzt! Den muss er Volli nehmen! Und der kann sein, der! Hört das mal vorher! Bevor er was Schlaues machen kann! Dreh ruhig hier draußen! Ehrlich! Er hat noch nicht mal geschwitzt, außer dann warm machen! Hey! Du hast vollkommen recht! Da ist doch raus! Unterschreib mich! Das ist auch meine einzige Hoffnung, die ich habe! Dass er aus dem Stand den Knick macht! Ja, oder durchstippt, ne? Das reicht ja schon! Halt! Sieht gut aus! Hast Platz! Hast Platz! Rettung auf! Rettung auf! Rettung auf! Rettung auf! Rettung auf! Rettung auf! Viel zu weit weg von den Männern! Hier kann man ihn wieder annehmen! Schieb vor! Schieb vor! Abschluss! Alter, die kriegen die Bälle! In eine wahre Ronne! Klasse, Jungs! Da! Super! 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 Und jetzt wieder der Rechte! Kommt, guck! Hey! Hey! Defensiv! Viel wichtiger! Gut! Rundensumachen! Rundensumachen! Linie zu! Mensch! Gut gemacht! Rundensumachen! Tobi! Schade! Wartet lange! Rundensumachen! Wartet auf den zweiten Ball! Festis! Gut gemacht! Leergut! Rinde! Rinde! Schielen! Schielen! Oh nein! Schieb doch die... Ich hab dir gesagt, das wird ein fieses Ding heute! Bitte besetzen! Ja! Sehr gerne! Noch ein, noch ein! Oh! 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 Wenn du mir das so machst wie am Mittwoch, ne? Du hast alle drei vorbereitet, hat nur keiner gesehen von deinem. Hat auch keiner gesehen! Du hast alles! Oh! Ja! Oh! Ja! 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 Du hast alles drauf! Der Tunnel ist seinen eigenen Torwart und holt ihn von der Linie! Das ist mal ein Ding! Das ist Spielzug des Tages! Ja, das ist los. Alla, Quintal! Der war aber hoch, war aber hoch, war hoch! Das möchte ich auch im Video nochmal sehen. Im Slow Mo aber. Wir haben noch ein bisschen später. Hände! Unten zumachen! Und! 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 Was ist denn der? Oh mein Gott! Gleiches, Petro! Nein, 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 nein! 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 Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Da haben wir noch nicht. Vorsicht, 1-1. Eingeht! Mach genau das Geld! Komm! Es kommt! Komm! Es kommt! 25 Minuten noch! Komm! Heute hat er sogar recht! Mitwoch hat er immer gelogen! Weiter! Warum ist da keiner zur Absicherung, Kinder? Nein! 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 Ja! Ja! Guter Fils! Ich kann mir drüber vorstellen, manchmal ist es so. Warum? Das wäre ich nicht klar! Weiter, weiter! Ja! Marceli! 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 Ja! Scheiße! Der kann es eigentlich! Genau seine Position! Hey! Hey! Wir! 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 sorte! Ja! Tachn! Das ist sein совершенно gidecker! Tagstaun! Komm! Komm! Wichtig! mayın! Passthin! Nichts durch! Ich brauche dich, Ito! Ito, komm! Der Kontakt ist aus, aber... Lange aus, aber... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Warum sagt er hier links... ...großen drauf in den Ballern? Von zwei gegen eins. Nein, 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 nein! Ganz klar! Schiri! Ich sehe nichts, alle stehen hier... Arbeit, geh mal weg da! Arbeit! Joel! Joel! Geh da! Das ist noch mal keine Entscheidung! Das ist noch eine Brille da! Das ist noch eine Brille da! Dann wäre es hier aber... Zwei gegen eins. Ein! Mann! 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 Ja! Ja! Mann! 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 Wenn sich jetzt irgendeiner nur sinnlos fallen lässt, pfeift er überhaupt nicht. Tim! Tim! Im sechsten Fall nix mehr da! Keiner sinnlos fallen lässt, pfeift er. Ich bin froh, dass der Schiri vom Mikro nicht hier ist. Aber die wissen auch nicht, was die machen darf. Leute, das ist so! Ein außer Mitte vor! Da müssen wir reinhavel. Vorher! Das gibt's doch nicht! Ist das dumm? Tim! Tim! Mann ey! Scheiß Elfmeter! Falsch! Falsch! Nein, 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 nein! Die Nille! Jawoll! Feierabend! Ja, komm! Zwei, drei Minuten drüben! Zwei, drei Minuten drüben, komm! Eigentlich! Ja! 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 Scheiß Elf! Scheißau